Hallo Leute, willkommen zurück bei einem neuen Video Hallguys. Heute ein ganz orange, oranges Gesicht, oranger Skin. Aber bevor wir loslegen, nochmal schnell in den Shop rein, gucken was es heute gibt. Alles nicht ganz so berauschen, den Superhelden finde ich nicht ganz so toll, deswegen hole ich mir den auch nicht. Morgen früh gibt es dann wieder das nächste Update für den Shop. Oben die Angebote, erst übermorgen wieder. Ich bin ja noch gespannt, ob ich die beiden letzten Gesichter, also das grüne Gesicht und den ganz schwarzen, also den schwarzen mit den schwarzen Augen, bekomme. Bisher gab es ja für mich nur den invertierten und dann wollen wir auch direkt starten. Also viel Spaß und entspannt euch. So, erste Runde, Ziel ist klar, nächste Runde erreichen. In der ersten Runde geht es ja immer nur darum, möglichst gut durchzukommen, gar keine großen Anstrengungen zu machen, möglichst aus der Masse raushalten. Gutes Timing. Ey, da hat mich doch gerade einer geschubst. So, jetzt aber schnell hier springen, noch ein bisschen Speed aufbauen. Und, oh, oh, das war knapp. Schön als erster durch. Kann man so mal machen. Zweite Runde. Rollfeld. Das ist immer so eine potenzielle Gefahr zum Rausfliegen, weil man da ja nicht nur auf sich selber achten muss. Bei vielen Rennspielen kann man das ja meistens machen. Hier ist wirklich Timing und Geschickt gefragt. Deswegen, wenn die anderen in Ruhe lassen, solange die uns in Ruhe lassen, wird ja keine Notwendigkeit, die anderen da auch so ein bisschen zu grieven, solange die mich nicht grieven. Ja, sieht doch alles entspannt aus, so schon. Schon ein paar Leute draußen, fehlen ja nicht mehr viele. Wobei, das kann ja immer schnell gehen, aber auch recht lange dauern, bis da die Leute rausfliegen. Aber jetzt scheint es so recht schnell zu gehen. Zwei Leute noch. Einer noch. Zack, zack. So, dann fällt er runter. Da, habe ich ihn noch gesehen. Weiter zur Runde 3. So, Runde 3 mit dem perfekten Paar. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das Spiel, das reizt mich überhaupt nicht. Ich kann es nicht trotzdem konzentriert bleiben. Ja, hier sollte die Traube sein. Jawoll. So, das ist ja dämmig fest. Das ist ja dämmig fest. Ja, mach dich mal vom Acker. Aber es scheint eine ruhige Truppe zu sein, sonst macht da keiner irgendwelche Faxen. Der Bananen ist schon wieder bei mir. Wollt mich gar nicht großartig bewegen. So, jetzt kommt es drauf an. Und dann, diese sechs Pärchen, das ist schon gar nicht so einfach. Ich mache es so, dass ich meistens irgendwie vier oder fünf Früchte mir merke. Dann ist die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch, dass da was kommt. So, schon wieder die Banane. So, wo war die? Wo war die? Wo war die? Wo war die? Hier. Habt ihr das gesehen? Da sind ja mehr als drei Viertel der Leute rausgeflogen. Wie viel sind wir jetzt noch? Acht Leute. Wir waren doch irgendwie knapp 30 oder sowas. So Leute, ihr könnt es sehen. Sturzball mit vier Bällen und den vier Hämmern in der Ecke. So, direkt ein Ball nach vorne. Jawohl. Ein Tor. Was machen die? Ja, 2-0 direkt zu Anfang. Und das dritte kommt hinterher. Sollte eine klare Kiste werden. Und den auch nochmal. Dann dürfen die auch mal ein Tor machen. 4-1. Jetzt muss noch ein bisschen die Aufteilung stimmen. Die bleiben in der Nähe. Bleiben dran. Kommt schon. Ja. 6-2. Sollten wir es nicht mehr nehmen lassen. Das ist auch eine komische Aufteilung, ne? Jeweils drei Stürmer. Einer nur hinten. Aber unser hält das Tor gut sauber. Ich gehe mal nach hinten. Bisschen absichern. Alles im Blick behalten. Vorne laufen die Dinger doch schon irgendwie rein. Ah, jetzt sind die auch alle hinten. Nur einer vorne. So, wunderbar. Auf die Teammates kann man sich ja schon verlassen, ne? Weg mit dem Ball. Da ist der vierte da hinten in der Ecke. Ah, weg. Jetzt kann ich auch wieder nach vorne gehen. Ja, die stehen sich da selber so ein bisschen im Weg auch. Ah, der Kollege macht das gut. Jetzt darf er auch mal nach vorne gehen. Oh, was war das? Oh, da. Uiuiui. Das war nicht ganz so clever. Und das auch nicht. Naja, aber die Zeit ist ja eh schon um. Können keine 6-Tore mehr machen. Perfekt. Ab ins Finale zu viert. Ah, Riesen-Pazzer. Schon einen von meinen Lieblingsspielen. Konzentriert bleiben. Typ mit dem Fuchsschwanz da jagen. Ah, der macht das nicht schlecht. Macht er gut. So. Ah, clever der Junge. Ah, der ist ja nicht abgesprungen. Jetzt muss ich ihn mal langsamer holen. Gucken, wo er als nächstes hinläuft. Ah, da ist er doch. Ah ja, jetzt ist er untergegangen. Jetzt hole ich mir den. Wunderbar. So, noch weglaufen. Jetzt keine Probleme mehr. Verdammt. Ui. Er hat mich doch festgehalten. Da hat er den Chance gar nicht bekommen. So, jetzt bin ich aber weg. Hä? Habt ihr das gesehen? Ich war doch locker schon 3 Kilometer weg. So, jetzt können die sich noch gegenseitig antatschen. Ich hau ab. Und hol mir das Ding. Jawohl. Die Krone ist meine. Ah, super. Ah, komisches Finale, ne? Eine greift mir den Schwanz da weg. Da war ich so lange weg. So weit weg. Mal gucken, muss man mal die Statistik an. Eine Krone. 1245 Kudos. Ah, guck mal da links. Da ist ja alles in Gold. Habt ihr sowas schon mal geschafft? Das ist ja eine perfekte Runde. Geil. So, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Hoffe, ihr habt euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch kurz ein Abo da und einen Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.